Herzlich Willkommen beim Videocast der himmlischen IT mit Kerstin und Carsten Raffal. Wir starten vom Boden und nehmen Sie mit in die Cloud, ohne dass es Ihnen schwindelig wird. Und nun viel Spaß! Bevor ich mich an meine Webseitengestaltung gemacht habe, habe ich mir natürlich ein Konzept überlegt. Dieses Konzept orientiert sich an einigen Fragen, die ich mir gestellt habe. Auf der Basis dieser Fragen habe ich mir Gedanken gemacht und das möchte ich dann in meiner Webseite umsetzen. Wie Sie das für sich und für Ihr Unternehmen machen, das müssen Sie überlegen. Ich nehme es eben am Beispiel dessen, was ich mache, nämlich dass ich Schriftstellerin bin und meine Bücher verkaufen möchte. Gehen wir zur ersten Frage, die ich mir gestellt habe. Welche Ziele habe ich mit meiner Webseite? Da gibt es eigentlich zwei wesentliche Punkte. Das eine ist natürlich, ich möchte meine Bücher verkaufen. Das heißt, das ist natürlich das allererste Ziel. Mit meiner Webseite möchte ich meine Bücher verkaufen. Was ist dazu noch notwendig? Dazu ist es noch notwendig, dass ich als Autor, als Marke bekannt werde. Kerstin Raffal soll stehen für romantische Literatur. Und ich möchte halt Leser, vor allem weibliche Leser, dazu gewinnen, dass sie auf meine Webseite kommen und sich meine Bücher kaufen. Dafür habe ich mir jetzt Gedanken gemacht, wofür interessiert sich meine Zielgruppe? Also welche Inhalte sind in meiner Webseite wichtig, dass die Zielgruppe, die zu mir hinkommt, auch befriedigt wird in ihren Erwartungen und in ihrem Interesse? Und da gibt es eben so Fragen, die ich inhaltmäßig beantworten möchte mit, wie ist so ein Buch entstanden? Wer schreibt die Geschichte? Also mich als Person auch dahinter vorzustellen. Was denken andere von dem Buch? Also der Austausch vielleicht auch der Diskussion mit anderen oder Statements von anderen. Vielleicht auch Pressematerial, wenn man das dann hat. Wieso gibt es keine gedruckten Bücher? Also auch erklären, warum biete ich ein Buch nur als E-Book an? Das ist ja auch, damit grenze ich ja auch Leser letztendlich aus. Dann, welche Bücher gibt es noch, wenn ich weitere Bücher habe, dass sie die dort finden, wenn sie über ein Buch auf meine Webseite gekommen sind. Und das, was für mich als Allerwichtigstes dann noch ist, ist, dass die Leser mit mir in Kontakt treten. Also ich als Schriftsteller stehe ja nicht einfach in einem dunklen Kämmerchen und schreibe vor mich hin, sondern ich möchte natürlich auch meine Leser mit den Geschichten begeistern. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass ich mit meinen Lesern auch in Kontakt komme. Und das ist für mich wahnsinnig ideal, wenn ich einfach mit diesen Menschen auch reden kann. Und das ist auch ein Punkt von dieser Webseite, dass die Leser einfach und simpel mit mir Kontakt aufnehmen können. Dann die nächste Frage ist, welche Inhalte kann ich zur Verfügung stellen? Anhand dieser Inhalte muss ich ja entscheiden, wie viele Seiten gestalte ich, wie stelle ich die Seiten zusammen, was muss diese Seite für Funktionen bieten. Und da ist SharePoint so etwas wie eine Art Lego-Baukastensystem. Ich kann mir also so Bausteine nehmen und die dann in meinen Seiten einsetzen. Ich kann auch dann hinterher Vorlagen machen. Also sagen wir mal, ich mache eine Seite für das Buch, für mehr Informationen zum Buch. Dann kann ich das dann auch praktisch als Vorlage kopieren und kann mir das dann immer wieder reinholen für das nächste Buch. Ja, und was kann ich für Inhalte, was habe ich für Inhalte? Ich habe natürlich meine Bücher, meine Cover, ich habe Videos, Trailer, ich habe Texte, klar, Texte, die ich im Blog zum Teil vielleicht auch schon habe. Und ja, und natürlich Bilder und eventuell auch Pressematerial. Das, was ich zur Verfügung stellen möchte. Das kann auch ein Podcast sein, den ich später mal einbinde und ja, was noch so alles dann kommt. Also es soll schon relativ offen sein von den Inhalten und es soll auch interaktive Inhalte bieten. Das wäre so langfristig meine Zielsetzung, die ich damit habe. Kommen wir zum letzten Punkt. Ich habe ja ein Web 2.0-Marketing-Konzept. Das heißt, ich habe mehrere Plattformen, wo ich versuche, mit meinen Lesern zu kommunizieren und sie zu erreichen. Und welche Rolle spielt dabei meine Webseite? Meine Webseite soll eigentlich der zentrale, statische, ruhige Punkt sein. Also nehmen wir mal meinen Blog, in dem Blog, da mache ich so ein-, zweimal im Monat, gebe ich da Informationen über meine Geschichten oder über Gedanken oder über andere Bücher, die ich gelesen habe. Und das heißt, ältere Einträge verschwinden nach und nach. Und wenn es dann da zum Beispiel ein Artikel geht, warum ich die Entscheidung getroffen habe, selbst zu verlegen, dann ist das vielleicht eine Information, die langfristig auch für Leser interessant sein kann oder für jemanden, der über mich schreibt. Wäre natürlich auch klasse, dass ich für die Presse auch Material zur Verfügung stellen kann. Und solche Sachen sollen dann in einer Seite, in der Webseite drin enthalten sein. Genauso ist es natürlich auch mit den anderen, also YouTube, das ist für mich die Videoplattform, da leite ich meine Videos hoch, damit ich dann darauf verlinken kann, auf meinen Blog und auf meine Webseite. Die Facebook-Seite ist ja auch mehr so eine Seite, wo ständig was passiert. Also auch da eher die Leute dann hinleiten zu meiner Webseite als zentrale Sammelstelle, um auch Kontakt mit mir aufzunehmen. Und natürlich auch Twitter, auch hier möchte ich natürlich die Menschen dann da erreichen, dass die hingehen und zu meiner Webseite gehen, dort die Bücher kaufen, dort Kontakt mit mir aufnehmen. Also zu diesen sehr, sehr aktiven, interaktiven, schnelllebigen, flexiblen Web 2.0 Kommunikations- oder Social-Plattformen soll die Webseite eben der Ruhepol sein, dort wo alles hinkommt und wo der Leser auch immer wieder so das Gleiche findet. Das ist also meine Zielsetzung für diese Webseite. Gut, fangen wir jetzt an mit der Gestaltung. Ich habe hier schon mal eine Gestaltung reingenommen, die ich also vorbereitet hatte. Das mache ich in meinem ersten Video und zwar mit der Farbgebung. Am Ende des Videos habe ich nicht ganz das Element, das habe ich dann nachträglich nochmal ein bisschen verändert im Nachhinein, um es besser auf mein Layout der anderen Seiten anzupassen. Und so gehen wir aber jetzt Schritt für Schritt durch und verändern diese Seite. Sie sahen einen Videocast der Rachwahl IT Solutions, Ihrem Partner für Informationstechnologie im Mittelstand.